Ich glaube, ich habe mit meinem direkten Vorgesetzten, der die Bewerbung geführt hat, von Anfang an einen guten Draht gehabt, also es hat die Chemie gepasst. Also ich habe drei Studien abgeschlossen, das ist Betriebswirtschaft, Wirtschaftsrecht und Wirtschaftspädagogik gewesen und ich denke, dass ich in meinem Alltag wahrscheinlich das juristische am meisten benötige. Ich nehme gerne die Position von anderen Menschen ein, ich helfe gern und wenn das passt und mein Team passt, muss auch die Chemie passen, nicht nur das Fachwissen und dann denke ich, das war dann schlussendlich ausschlaggebend. Ich denke, ich habe aus dem Grund meinen Job bekommen, weil ich einfach authentisch, flexibel und zuverlässig bin. Für meine Position hier in der Personalentwicklung gehe ich schon davon aus, dass eine entsprechende Berufserfahrung, eine entsprechende Ausbildung natürlich Sinn macht, natürlich von Vorteil ist. Für uns ist wirklich wichtig, dass es menschlich passen muss, dass wir alle offen sind, dass wir alle ehrlich sind. Ich glaube, dass das Miteinander ein sehr wesentliches Thema ist und das wünsche ich mir auch für zukünftige Kollegen, dass man aufeinander zugeht, hilfsbereit ist, sich gegenseitig unterstützt. Für zukünftige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wünsche ich mir eine Offenheit, auch eine gewisse Gelassenheit, die Dinge anzugehen. Manchmal klappt nicht immer alles sofort. Einfach miteinander im Team an dieselben Ziele arbeiten und dann, glaube ich, ist man sehr herzlich willkommen. Amen.